Wir sind ein zu 100% unabhängiges Familienunternehmen, das am 11. April 1900 von Maturin-Breset gegründet wurde. Das Unternehmen befindet sich in Maschku im Departement Loire-Atlantique und hat rund 20 Mitarbeiter. Um den Bedürfnissen unserer Kunden bestmöglich gerecht zu werden, verarbeiten wir alle Arten von Abfällen, die wir sortieren und wiederverwerten. Daraus ergibt sich der Bedarf an entsprechenden Geräten wie einem effizienten Zerkleinerer. Unser Ziel ist es, alle unsere 20.000 Tonnen Abfall dem Recycling zuzuführen, um Deponierung zu vermeiden. Nach mehreren Versuchen mit unterschiedlichen Zerkleinerern trafen wir uns mit Michel Leuset von Proxirec und entschieden uns schließlich für die UNTA XR 3000C in der elektrischen mobilen Version. Die Tatsache, dass es sich bei dem Unterschredder um einen Einwellenzerkleinerer handelt, der mit unterschiedlichen Lochsieben mit Durchmessern von 40 bis 120 mm ausgestattet werden kann, sorgt für ein vielseitiges Einsatzspektrum. Dadurch können wir den Zerkleinerer entsprechend unterschiedlichen Anforderungen anpassen, etwa für die Holzenergiebranche oder Plattenhersteller. Wir können auch Materialien wie Sandwichplatten, Aluminiumabfälle und Profile verarbeiten. Wir zerkleinern und verdichten das Material und bereiten es so für Stahlwerke und Gießereien auf. Auch die Tatsache, dass der Schredder mobil ist, ist ein sehr wichtiger Faktor an unserem Standort. Die Energieeffizienz des Zerkleinerers und das langsam laufende Getriebe haben es uns ermöglicht, Produktionskosten zu senken und die Lärmbelästigung erheblich zu reduzieren. Zu den Entscheidungskriterien für diesen Zerkleinerer gehörte auch die einfache Wartung. Weitere entscheidende Kriterien waren, dass die Messer einfach gewendet und dadurch vierfach verwendet werden können. Auch dass die Siebgitter schnell getauscht werden können, war ein positiver Aspekt. Auch die Tatsache, dass es bei Unter sehr hilfsbereite und kompetente Ansprechpartner gibt, wie etwa Michel, Eric und Rémy, um nur einige zu nennen, ist ein echter Vorteil.